Eigentlich waren wir ja total neidisch auf euch. Bis heute. Herzlich willkommen zu einem neuen Thailand Update von uns. Es gibt so viel Neues, aber bevor wir damit starten, nehmen wir manchmal mit zum Einkaufen. Bis zum nächsten Mal. 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 geklebt wird es wahrscheinlich in deutschland gar nicht geben wie viel grad jeder hatte also für mich persönlich sinnlos aber wahrscheinlich lag es einfach daran dass die wissen wollten wer kontrolliert worden ist nicht dass sie einen vergessen haben nur die dinger sind ja immer wieder abgefallen ja das war für mich die und für dich für mich eigentlich die auslösung die nächtliche zwischen 22 uhr keine ahnung warum weil nachts sowieso hier auf den straßen nicht los ja selbst wenn man unterwegs gewesen wäre wien sollte man groß anstecken wahrscheinlich wollten die damit einfach nur vermeiden dass die kriminalität nicht wächst oder beziehungsweise auch die partys oder so das hat man ja noch anders lösen können weil die die corona partys machen wollen die fanden auch hier statt ja also keine ahnung warum sie jetzt das auch noch verlängert haben bis ende mai man weiß es nicht im letzten video ich verlinke euch das mal haben uns einige gefragt wie geht es eigentlich den thailanden hier und da muss man sagen den umständen entsprechend eigentlich gut ja also natürlich sind auch hier viele arbeitslos geworden aber die gerung hat auch sofort eingegriffen das heißt hier läuft das in thailand bisschen anders ab hier muss man nämlich die nebenkosten auch direkt bar bezahlen und das war auch monatlich beziehungsweise wird zum konto abgebucht und da hat die regierung gleich gesagt da gehen wir ran und erlassen denn den strom gerade die die wenig verbrauchen brauchen gar kein strom bezahlen beziehungsweise die die ein bisschen mehr verbrauchen ja müssen nur die hälfte bezahlen und auch beim wasser ist es so dass sie 20 prozent weniger bezahlen müssen ins bäuer ja und was sie noch gemacht haben ist einfach dass sich lebensmittelketten zusammengeschlossen haben und einfach mal 305 3025 123 lebensmittel einfach mal günstiger gemacht haben das heißt also sowas wie reis wasser gemüse wo die ja einfach mal günstiger gemacht und das hilft den leuten hier natürlich auch ungemein weiter und ganz arme leute werden ja auch direkt auf der straße auch versorgt also der unterstützt also von daher ist es nicht so schlecht wie man eigentlich auch denkt oder hört ja und uns geht es auch eigentlich relativ gut hier also eigentlich sogar sehr gut ja deswegen haben auch den mietvertrag verlängert bis mitte juni und wo es danach hingeht das verraten ich ganz genau wir können nur eins sagen wir bleiben in thailand bleiben in thailand ja das war eigentlich schon wieder unser thailand update dieses mal ja wir hoffen einfach es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat dann lasst uns einen daumen nach oben da und auch gerne ein abo dann verpasst ihr keine weiteren videos genau ich habe jetzt ja dann gucken wir mal ob die beiden anderen unseren einkauf schon braucht ja genau und in dem sinne macht's gut ja wir sehen uns beim nächsten mal